Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderplanung für den 1. FC Köln. Der FC steht der Akte der Bundesliga auf Tabellenplatz 17, einen Punkt hinter Platz 16, sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer. Natürlich hat man nur ein einziges Ziel, irgendwie die Klasse zu halten und auch bedingt durch die Transfersperre würde das logischerweise vieles erleichtern in Sachen Kaderplanung. Wir hatten ja bereits vor ein paar Wochen hier auf Kick-Off im Format Kaderplanung auf das Szenario 2. Liga geschaut beim 1. FC Köln. Wie könnte dann dort ein Kader aussehen? Und heute blicken wir mal auf das andere Szenario, auf das, was sich logischerweise alle FC-Fans wünschen. Was passiert mit dem Kader, wenn man in der Bundesliga bleibt? Denn auch dann beeinflusst logischerweise die Transfersperre die Kaderplanung von Christian Keller. Welche Spieler muss man vielleicht zwingend behalten, noch wenn es gute Angebote gibt? Welche Leihrückkehrer könnten ein Thema sein und welche ausgeliehenen Spieler wird man vielleicht fest verpflichten? All das wird sich beim Szenario Bundesliga nochmal ein bisschen verändern und deswegen planen wir heute mal genau dafür. Also los geht's mit der Kaderplanung für den 1. FC Köln. Und auch in der 2. FC-Folge legen wir natürlich los auf der Position des Torhüters. Und hier haben wir einmal von links nach rechts Marvin Schwäbe, Philipp Pentke, Jonas Nickisch und Matthias Köpping. Marvin Schwäbe ist ja beim 1. FC Köln die unangefochten Nummer 1 und das auch vollkommen zu Recht. Er hat sich innerhalb der letzten 2 Jahre zu einem wirklich richtig guten Keeper in der Fußball-Bundessliga entwickelt und ist auch vollkommen zu Recht unangefochtener Stammspieler. Man hört allerdings auch, dass Schwäbe eine Ausstiegsklausel besitzt im Falle des Abstiegs und dann gehe ich auch davon aus, dass er weg ist. Aber auch in Liga 1 ist tatsächlich Marvin Schwäbe für mich ein Verkaufskandidat. Natürlich sind die Posten der Stammkeeper in der Bundesliga schon ganz gut besetzt und da gibt es vielleicht auch gar nicht mal einen so realistischen Vereinswechsel für Schwäbe, der deswegen besser ist als Köln, außer vielleicht Stuttgart klopft an. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für Schwäbe interessant sein könnte, nochmal zu wechseln, vielleicht auch in eine andere Liga und auf der anderen Seite Köln eben auch damit wichtige Einnahmen generiert. Denn natürlich kann man keine Transferausgaben haben im Sommer, zumindest nicht durch externe Neuzugänge. Die Finanzanlage ist aber weiterhin durchaus angespannt, plus im Winter kann man natürlich auch dann in den Kader investieren. Und auf der anderen Seite, und das ist eben auch für mich ein Argument, wenn es ein gutes Angebot gibt, mit dem alle Seiten leben können, Marvin Schwäbe abzugeben, dass wir eben natürlich eine neue Nummer 1 bräuchten, aber mit Jonas Urbich es einen Leihrückkehrer gibt, der in der zweiten Bundesliga richtig gut performt. Also dem würde ich dann auch wirklich das volle Vertrauen geben als klare Nummer 1 und dann hätte man eben eine klare Perspektive geschaffen für Jonas Urbich, für das Top-Talent aktuell, vielleicht auch in Dorschen auf der Torwart-Position. Man würde auch anderen Jugendspielern das Signal geben, ja, wir bauen auf euch, plus eben Schwäbe könnte vielleicht nochmal einen anderen Weg gehen und Köln eben dann wichtige Transfereinnahmen haben. Philipp Henke ist ja im letzten Sommer vom vereinslosen Markt zum 1. FC Köln gewechselt, nachdem er ja seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim oder sein Vertrag dort nicht verlängert worden ist. Und dann hat eben der FC Köln zugeschlagen. Philipp Henke ist ja ein sehr erfahrener Keeper, der sowohl die 1. als auch die 2. Bundesliga kennt, der die Rolle als Nummer 2 voll akzeptiert und finde ich auch deswegen ganz klar an Bord bleiben sollte. Jonas Nickisch ist ja ein Neuzugang von RB Leipzig, der sicherlich das Potenzial hat, irgendwann mal ein wirklich guter Keeper zu werden. Und man glaubt ja auch durchaus an die Entwicklung von Jonas Nickisch. Er spielt bislang für die U23, zeigt dort auch ganz gute Leistungen und ich würde ihn noch hier mit einplanen und ihm vielleicht sogar dann das Vertrauen geben als Nummer 2 hinter Jonas Urbich. Matthias Köpping ist ja nominell die Nummer 3 beim FC, der noch einen Vertrag hat bis 2025. Er ist ein Typ, der auch durchaus anerkannt ist in der Mannschaft, akzeptiert seine Rolle voll und ganz, nimmt diese an und ist wichtig für den FC. Also Matthias Köpping sollte auch auf jeden Fall bleiben. Spannend wird es in unserer Kaderplanung natürlich auch in der Verteidigung, vor allem auch in der Innenverteidigung. Wer könnte gehen, wer wird bleiben? Aktuell haben wir dort Jeff Chabot, Timo Hübers, Luca Kilian und Dominik Heinz. Natürlich gibt es auch noch ein, zwei Talente, die immer mal wieder bei den Profis reinschlüpfen, wie zum Beispiel Baka Tukanda. Auch über die werden wir auf jeden Fall noch sprechen, aber es sind ja jetzt nominell noch keine zwingenden Profispieler. Also, diese vier haben wir, vier Innenverteidiger, somit für zwei Positionen und das braucht es sicherlich auch dann in der kommenden Saison. Mit Jeff Chabot hat man natürlich einen unglaublich starken Innenverteidiger, der sich in Köln richtig gut entwickelt hat. Auch er hat, wie man hört, eine Ausstiegsklausel bei Abstieg. Ich denke mal, dann wird er auch weg sein. Und trotzdem könnte ich mir auch beim Bundesliga-Verbleib, ähnlich wie bei Schwebe, einen Wechsel vorstellen. Denn zum einen wird es Interesse von anderen Vereinen geben. Ich glaube schon, dass Köln hier sehr viel dafür tun wird, Chabot zu halten. Und trotzdem bin ich hier, rein vom Gefühl, bei unserer Kaderplanung eher bei einem Abgang. Natürlich ist aber auch dann klar, dass die Innenverteidigung nicht perfekt besetzt wäre. Ich schätze mal, dass man dann auf jeden Fall die Augen offen hält für einen Ersatz im Winter. Ansonsten wird man da hier erstmal das Vertrauen haben in Talente wie eben Baka Tukanda, wie vielleicht auch Smayic, vielleicht sogar Schontelle. Also da sind ja ein paar spannende Jungs in der Jugend auf jeden Fall mit dabei. Timo Hübers spielt ja auch eine ganz gute Saison in der Innenverteidigung, bildet ja das Innenverteidiger-Duo mit Jeff Chabot und hat auch noch einen Vertrag bis 2026. Viele Kölner sagen auch selber, Hübers könnte vielleicht noch einer sein, der sogar mitgeht in die zweite Liga. Und so im Falle des Erstliga-Verbleibs sehe ich ihn auf jeden Fall weiterhin im FC-Trikot. Denn auch hier gilt, der FC hat das letzte Wort, was solche Spiele angeht. Man muss niemanden verkaufen, wenn es keine Ausstiegsklausel gibt. Und trotzdem bin ich in meinem Szenario bei Chabot eher bei einem Verkauf und bei Hübers eben eher bei einem Verbleib. Luca Kilian hat ja zuletzt auch wieder mal gespielt, nachdem er zuvor wenig bis gar keine Rolle gespielt hat. Und hat sich genau dann jetzt am Kreuzband verletzt. Das ist natürlich ein extrem bitterer Ausfall. Er fehlt möglicherweise bis in den Herbst hinein. Und das heißt auch, er bleibt auf jeden Fall in Köln. Denn so kann es logischerweise ja auch gar keinen Vereinswechsel geben. Dominik Heinz ist ja im letzten Sommer zum 1. FC Köln zurückgekehrt. Ist zwar nur ein Ersatzkandidat in der Innenverteidigung, der unter Baumgart auch teilweise links hinten gespielt hat. Insgesamt kommt er auf acht Spiele. Trotzdem ist er ein durchaus wichtiger Faktor, auch durch die Transfersperre wichtig für die Kaderbreite. Und deswegen fand ich es auch gut, dass sein Vertrag bis 2026 verlängert wurde. Und somit haben wir auf jeden Fall dann hier drei ganz gute Innenverteidigeroptionen. Es wird wie gesagt spannend sein, wenn Schabot geht. Ob man dann gut genug aufgestellt sein wird für diese Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Aber auch das könnte man dann sicherlich erstmal hinbekommen mit Hübers, mit Heinz plus zwei, drei jungen Talenten. Denn auch Kilian wird logischerweise auch dann noch ein bisschen brauchen. Bei den Außenverteidigern ist ja auch vor allem im Vergleich zur Vorsaison einiges passiert. Denn da ist ja eigentlich nur noch Benno Schmitz von übrig. Neben ihm haben wir jetzt nochmal Rasmus Carstensen, Lert Pakarada und Max Fingrewe. Die drei Letztgenannten waren ja in der vergangenen Saison noch gar nicht mit dabei. Also, Benno Schmitz hat sich ja in den vergangenen Jahren zu einem guten rechten Verteidiger in der Bundesliga entwickelt. Der vor allem auch unter Steffen Baumgart seine beste Zeit hatte. Nun gibt es Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel zum Hamburger SV. Dort ist ja eben auch Steffen Baumgart Trainer. Zuletzt hat Schmitz auch unter Schulz sehr, sehr wenig gespielt. Deswegen glaube ich nicht, dass es für ihn einen neuen Vertrag geben wird. Benno Schmitz wird Köln im Sommer verlassen. Somit wäre die Position des rechten Verteidigers natürlich dann durchaus offen in der Kaderbreite. Es wird aber durchaus spannend sein, wie man dann auch über den Sommer hinaus mit Jan Thielmann plant. Denn der hat ja sowohl beim FC als auch bei der deutschen U21 jetzt mal als rechte Verteidiger gespielt. Ansonsten hätte man hier mit von der Hitz beispielsweise noch ein weiteres Talent. Denn Rasmus Carstensen hat man ja auch als neuen rechten Verteidiger an Bord geholt, der im Großen und Ganzen immer mal wieder zwischen Startelf und Bank hin und her pendelt. Aber er hat eben auch zuletzt wieder ganz gute Spiele gemacht. Er ist ausgeliehen mit einer Kaufoption von 1,5 Millionen Euro. Und ich glaube schon, dass man diese ziehen sollte und dass man diese auch ziehen wird. Bei Leart Pacarada hatte man ja schon auch hohe Erwartungen nach dem Transfer im letzten Sommer. Er ist ablösefrei als Kapitän vom FC St. Pauli gekommen. Und er sollte ihm damit helfen, Jonas Hector als linken Verteidiger zu ersetzen. Er fehlte auch verletzungsbedingt. Teilweise konnte deswegen jetzt nicht immer die perfekte Leistung bringen. Aber hat zuletzt auch dann mal wieder gespielt. Ich denke, Pacarada wird auf jeden Fall bleiben. Da wird man kein unnötiges Fass aufmachen wollen. Und auch das, wenn man natürlich dann auf der Linksverteidiger-Position mit Max Finkrewe ein absolutes Top-Talent für diese Position links hinten hat. Er hat sich mittlerweile ganz klar durchgesetzt unter Timo Schulz, ist absolut gesetzt und wird sicherlich auch in der kommenden Saison noch mal wichtiger werden. Natürlich wird es Interesse an ihm geben. Linksverteidiger in dem Alter sind immer gern gesehen. Aber mindestens ein Jahr wird Finkrewe auf jeden Fall noch beim 1. FC Köln bleiben und ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch sein. Und auch im Zentral-Mittelfeld gehe ich davon aus, dass es schon ein, zwei Veränderungen geben wird. Geben muss in der kommenden Spielzeit. Auch wenn es, wie gesagt, nicht möglich sein wird, neue Spieler an Bord zu holen. Aktuell haben wir hier Erik Martell, Dejan Lubitschic, Jakob Christensen, Denis Susan Basic und Florian Kainz. Blicken wir erstmal auf Erik Martell, der ja auf der 6er-Position absolut gesetzt ist und auch ohne Elias Giri dort funktioniert und eben auch immer mehr als Führungsspieler reifen kann. Auch da ist für mich deswegen klar, wird es Interesse an Erik Martell geben. Ich bin mir sicher, dass ihn einige Bundesligisten auf dem Zettel haben. Aber auch dort gehe ich davon aus, dass Köln so oder so sagen wird, den wollen wir auf jeden Fall nicht abgeben. Das wird natürlich schwierig sein, wenn man absteigen sollte. Aber im Falle des Bundesliga-Verbleibs, und genau dafür planen wir, wird auch Martell noch mindestens ein Jahr Kölner bleiben. Dejan Lubitschic wollte ja bereits im letzten Sommer sehr, sehr gerne weg. Und es gab ja auch konkretes Interesse vom VfL Wolfsburg. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, das Angebot anzunehmen, einige Millionen zu kassieren, nochmal sich anders aufzustellen. Man konnte aber auch verstehen, bedingt durch die sportliche Wichtigkeit, dass der FC gesagt hat, nee, wir verkaufen Dejan Lubitschic nicht. Und deswegen ist er ja geblieben. Seine Leistungen sind allerdings eben nicht mehr ganz so stark wie zuvor. Und trotzdem wird es im Sommer sicherlich Vereine geben, die ihn gerne haben wollen. Und dann, glaube ich, wird der Österreicher weiterziehen. Lubitschic wird verkauft. Aber natürlich würde man damit auch einen potenziellen Stammspieler verlieren, auch wenn seine Leistungen schon mal besser waren. Ersatz muss hier dann auf jeden Fall her. Ja, auch hier, glaube ich, wird man dann ähnlich wie in der Innenverteidigung schon eher nach einem externen Neuzugang suchen für den Winter. Ohlesen hätte man als Leihrückkehrer. Vielleicht aber auch erstmal gibt man einem Talent für die breitende Chance, wie zum Beispiel Wäschebach oder auch Haui. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus. Da ist auf jeden Fall für die Breite auch intern durchaus was möglich. Denn mit Jakob Christens hat man natürlich auch noch einen Neuzugang aus dem letzten Sommer, der bislang noch nicht so richtig beim FC angekommen ist. Er hat bislang sehr wenig gespielt, aber trotzdem durchaus das Potenzial, noch eine Hilfe werden zu können. Und ich denke mal, Christensen wird eine neue Chance bekommen und dann auch auf jeden Fall bleiben. Denis Husambasic hat sich unter Timo Schulz komplett festgespielt und ist immer mehr zum wichtigen Spieler geworden. Das Problem hier ist, sein auslaufender Vertrag 2025, ich denke mal ungern, möchte man mit Husambasic in den letzten Vertragsher gehen. Er sollte auf jeden Fall auch dann seinen Vertrag verlängern und wird dann ohnehin logischerweise klar eingeplant sein. Und dann haben wir noch einen fünften Zentral-Mittelfeldspieler mit Florian Kainz, der der Kapitän der Mannschaft ist. Ich denke mal, seine Leistungen sind auf jeden Fall größtenteils okay. Es gibt mal bessere Spiele von Kainz, mal schlechtere Spiele. Aber auch hier ist für mich sogar Liga unabhängig klar. Florian Kainz wird bleiben. Auch sein Vertrag läuft dann auch bis 2025. Unter Steffen Baumgart waren ja die Flügelpositionen unglaublich wichtig. Timo Schulz hatte diese zuvor beim FC St. Pauli nahezu gar nicht benutzt, aber beim FC auch weiterhin darauf vertraut. Aktuell haben wir dort Jan Thielmann, Lindenmeiner, Faride, Alidou und Justin Diehl. Jan Thielmann ist ja mittlerweile absolut gesetzt, nachdem er sich nach seiner Verletzung im Herbst zurückgekämpft hat und natürlich auch einer, der ordentlich Potenzial mitbringt. Er hat ja jetzt auch mal als rechter Verteidiger gespielt, zuvor auch mal als Mittelstürmer gespielt. Wird auf jeden Fall interessant sein, mit welcher Position man bei Thielmann dann auch über den Sommer hinaus planen wird. Generell ist er natürlich auch ein Typ, der unglaublich verbunden ist mit dem 1. FC Köln. Deswegen ist für mich auch bei Thielmann klar, selbst wenn es in die zweite Bundesliga geht und er selbst keine Ausstiegslausel hat, dann kann ich mir einen Verbleib wirklich sehr gut vorstellen. Und selbst in der Bundesliga ist es natürlich auch nochmal wahrscheinlicher, Thielmann wird ein wichtiger Faktor sein. Die einzige Frage ist eben dann, auf welcher Position. Lindenmeiner ist ja größtenteils auf jeden Fall Stammspieler auf der linken Seite, sowohl unter Baumgart als auch unter Schulz. Auch wenn ich immer noch finde, Meiner als Spielertyp, der kann wirklich nochmal mehr. Aber auch er wird in der Bundesliga auf jeden Fall bleiben. Faride Adidou hat ja auch lange gebraucht, um beim 1. FC Köln anzukommen. Aber auch er zeigt unter Schulz gute Leistungen. Es gibt ja hier eine Kaufoption, die irgendwo zwischen 3 und 4 Millionen Euro liegen soll. Sollte Köln die ziehen, hat Frankfurt dann eine Rückkaufoption von ca. 6 bis 8 Millionen Euro. Und bedingt durch die Leistungskurve, die ja schon nach oben steigt, bin ich nahezu überzeugt davon, dass neben Rasmus Carstensen auch Faride Adidou als Leihspieler beim FC Köln bleiben wird. Justin Diehl ist ja das Top-Talent vom 1. FC Köln und hat unter Baumgart gar keine Rolle gespielt. Unter Schulz hat er dann gespielt, doch teilweise ganz gute Ansätze gezeigt. Nun fehlt er allerdings verletzungsbedingt. Aber hier ist ja schon klar, er wird Köln verlassen und ihn zieht es eben dann zum VfB Stuttgart. Aber auch hier hätten wir dann einen freien Kaderplatz, der gar nicht mal so verkehrt wäre, dann zu besetzen. Die Flügel sind zwar grundsätzlich gut aufgestellt mit Adidou, Meiner, Thielmann, plus vielleicht nochmal durch Florian Kainz. Aber je nachdem, wo man eben dann noch Thielmann einplant, könnte man hier auch nochmal einen weiteren Flügelspieler mit hinzuholen. Natürlich nicht als Neuzugang, sondern eben dann als Lehrerkehrer oder eben auch als Nachwuchs. Eine Position bleibt noch übrig und das ist das Sturmzentrum, wo wir hier im Ganzen auf jeden Fall auch mit die größte Auswahl haben. Einmal hier von links nach rechts Davy Selke, Luca Waldschmidt, Steffen Tickes, Marc Uth, Florian Dietz, Sagis Adamian und Damien Downs. Davy Selke ist ja der beste Torschütze beim 1. FC Köln und hat wohlmöglich keinen Vertrag, wenn es in die zweite Bundesliga geht. Auch er ist für mich aber schon ein Typ, der schon noch verbunden ist mit dem Verein und natürlich auch weiß, dass er vielleicht eine solche sportliche Wichtigkeit bei keinem anderen Bundesligisten haben wird. Deswegen bin ich überzeugt davon, Selke wird auf jeden Fall bleiben, wenn auch Köln in der Bundesliga bleibt. Luca Waldschmidt ist ja im letzten Sommer vom VfL Wolfsburg gekommen, auf Leihbasis und es gibt wohl noch eine Kaufoption von 4 Millionen Euro. Auch trotz der Transfersperre kann man ja solche Kaufoptionen ziehen und auch trotz dessen, dass man keine anderen Spieler holen kann, würde ich auf einen Kauf von Waldschmidt verzichten. Zum einen will er nicht mit in die zweite Bundesliga, das heißt so eine extreme Verbundenheit hat er nicht, auch wenn man es vielleicht verstehen kann. Auf der anderen Seite müssen aber auch seine Leistungen deutlich besser werden, überhaupt in der Bundesliga eine Option für irgendeinen Verein zu sein. Und da wären mir diese 4 Millionen Euro auf jeden Fall deutlich, deutlich zu viel Geld, die kann man sich dann auf jeden Fall sparen. Deswegen Waldschmidt für mich ein ganz klarer Abgangskandidat. Steffen Tigges konnte ja auch als großgewachsener Neuner weiterhin nicht so wirklich überzeugen, wenn er spielt, dann nur als Joker. Also hier sollte man auch eine Trennung anstreben. Gesucht würde dann auf jeden Fall aber bei mir auch in dem Szenario ein neuer Stürmer, ein Backup sozusagen für Davy Selke. Auch da halte ich einen Wintertransfer für die wahrscheinliche Option. Ansonsten eben dann vielleicht Downs sogar in diese Rolle hineinwachst lassen, der Bundesliga oder auch Leihrückkehrer Tim Lemperle. Marc Uth konnte in der aktuellen Bundesliga-Saison gerade mal sieben Spiele machen und auch aktuell fehlt er wieder verletzungsbedingt. Das ist natürlich schon wirklich viel Pech und der Wahnsinn, wie oft und wie lange Marc Uth verletzungsbedingt raus ist. Sein Vertrag läuft ja noch bis 2025. Marc Uth ist ja gebürtiger Kölner, ist auch sehr verbunden mit dem 1. FC Köln und wird auf jeden Fall bleiben. Allerdings, und auch das finde ich, gehört zu einer Kaderplanung dazu, muss man auch dazu sagen, bedingt durch die Verletzungen, sollte man Uth auch eher nur als zweite, dritte Option, sowohl im Sturm als auch auf der 10. Position einplanen. Florian Dietz hat in der aktuellen Spielzeit nur sieben Spiele gemacht und schon noch die letzten Wochen gar nicht mehr im Kader. Ich glaube, für ihn könnte es passend sein, in die zweite oder dritte Liga zu wechseln. Sag ist Adamian, war ja von mir auch immer ein Spieler, den ich kritisch gesehen habe, weil ich ihn auch zuvor in Hoffenheim nie so richtig überzeugend fand und verstehe auch immer noch nicht, warum Köln für ihn so viel Geld in die Hand genommen hat. Aber jetzt ist er eben da, unter Baumgart hat er keine Rolle gespielt und zuletzt stand er dann mal unter Schulz in der Startelf und hat auch durchaus überzeugen können. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich gute Angebote geben wird, deswegen sollte Adamian auch bleiben als flexible Offensivoption. Er hat ja noch einen Vertrag bis 2026. Damien Downs hat überzeugt in der U23, deswegen kriegt er auch mittlerweile Gelegenheit unter Timo Schulz, sich zu zeigen und konnte ja als Joker auch bereits ein erstes Bundesliga-Tor machen. Ich finde, Downs hat auf jeden Fall Potenzial, sollte das Vertrauen bekommen, vielleicht sogar dann wie angerissen als Stürmer Nummer 2 hinter Selke. Ein ganz wichtiges Thema in dieser Kaderplanung, speziell für den 1. FC Köln, sind aber dann die potenziellen Leihrückkehrer, denn das sind dann eben auch gefühlt Neuzugänge, die einzigen, die Köln so richtig extern, wenn man das so sagen möchte, hinzuholen kann. Aktuell haben wir dort Nikola Soldo, Matthias Ohlesen, Jonas Urbich, Tim Lemperle und Marvin Obus. Nikola Soldo hat sich ja als vierter Innenverteidiger beim 1. FC Köln nicht durchsetzen können, deswegen war es im letzten Sommer durchaus logisch, dass sich die Wege erstmal trennen. Man hat sich ja dann für entschieden, Nikola Soldo in die 2. Bundesliga zu verleihen zum 1. FC Kaiserslautern. Da stand er auch ein paar Mal in der Startelf, aber es reicht dann eben nicht für einen Stammplatz. Und somit ist für mich auch klar, auch wenn es ein Leihrückkehrer ist, reicht es für Soldo nicht für die Bundesliga und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall dann auch endgültig abgeben. Da wäre eben dann auch ein gewisses Risiko mit dabei, aber dann wäre mir das Vertrauen in Eigengewächse wie Bakatoukanda oder Smagic deutlich lieber. Matthias Ohlesen ist ja im Winter gewechselt in die Schweiz und spielt dort auf jeden Fall relativ gut. Er macht es okay. Er stand auch dort ein paar Mal in der Startelf und trotzdem für mich auch ein Spieler, den ich jetzt nicht zwingend in Köln einplanen würde. Natürlich hätte man, wenn Ljubicic geht, im zentralen Mittelfeld eine freie Position. Für mich ist Ohlesen so ein Spieler, wo auch alles möglich ist. Also es kann ganz gut sein, dass er vielleicht sogar fest verpflichtet wird, dass man sich darauf einigen wird. Eine Rückkehr ist auch möglich, ein Verkauf zu einem anderen Feind, aber auch ich würde ihn eher als Abgang einplanen. Drei andere würde ich aber auf jeden Fall beim 1. FC Köln einplanen und da geht es eben los, wie angerissen, mit Jonas Urbig. Er ist ja ein Eigengewächse, ein Top-Talent auf der Position des Torhüters und zeigt in Fürth richtig starke Leistungen. Urbig hat großes Potenzial und ich würde eben dann, wenn es Angebote gäbe, Schwebe dafür verkaufen und Urbig eben dann das Vertrauen geben. Tim Lemperle ist ja auch bei Fürth unterwegs, kommt dort insgesamt auf 7 Scorer und zeigt dort vor allem auch starke Leistungen als zweite Spitze. Ich finde, das ist auch seine stärkste Position. Umso interessanter wird es, wo er genau auch dann in Köln eingeplant sein wird. Er sollte aber auf jeden Fall eine Chance bekommen. Marvin Obus spielt eine Liga darunter in Liga 3 bei Rot-Weiß Essen und zeigt dort richtig starke Leistungen. Er hat 30 Spiele gemacht, 20 Scorer-Punkte beigesteuert und ist eben ein Flügelspieler, der durchaus als Herausforderer dienen kann für Ali, Du oder meiner, als auch hier für mich auf jeden Fall ganz klar Rückkehr von Marvin Obus. Und auch wenn im Sommer keine neuen Spieler hinzukommen werden, habe ich trotzdem nochmal Kurz- und Kampfspositionen aufgeschrieben, die eben dann Verstärkung benötigen. Im Tor wäre eben das Jonas Urbig. Auf der rechten Verteidiger-Position könnte es sogar Thielmann sein. Auf der Innenverteidiger-Position im Winter dann sicherlich Neuer plus im Sommer eben dann die eigenen Talente. Im zentralen Mittelfeld wird es auf jeden Fall wichtig sein, sich auch mittelfristig nochmal zu verstärken. Auf den Flügeln hat man Weidrop, somit Obus und Lemperle. Und auch im Sturmzentrum gibt es zwar keinen neuen Spieler im Sommer, aber bräuchte es eben dann in meiner Planung auf jeden Fall ein Backup für Selke, der vielleicht auch dann über kurz oder langen Köln-Stürmer Nummer 1 werden wird. Abschließend werfen wir dann nochmal einen Blick auf die neue Startelf vom 1. FC Köln beim Szenario Bundesliga. Und genau so würde es eben dann aussehen. Ich denke mal, dann wird auch Timo Schulz ganz klar Trainer bleiben. System bliebe erstmal beim 4-2-3-1 und dann eben mit folgenden Spielern. Urbich wäre die Nummer 1 vor Pentke, Nickisch und Köpping. In der Verteidigung habe ich dann erstmal mit Thielmann als rechten Verteidiger geplant. Ich finde es echt spannend, was mit ihm passieren wird. Carsten setten wir dann dahinter. Linke Seite Finkrewe vor Pakarada. In der Innenverteidigung ist Hübers ganz klar gesetzt. Daneben müsste man es dann erstmal probieren mit Heinz oder einem Talent, weil natürlich Kielern erstmal verletzungsbedingt raus ist. Da braucht es dann sicherlich, wenn Schabot geht, auch einen Neuzugang im Winter. Doppel 6 ist dann volles Vertrauen in Martel und Hussein Basic. Alternative wäre dann nur Christensen, also dort wird es relativ eng. Ich denke mal, das wären dann auch, wenn Lubitschitsch und Schabot gehen, die größten Problempositionen mit Innenverteidigung und 6er-Position. Denn alleine in der Offensive hat man auf jeden Fall reichlich Möglichkeiten mit Ali Du, Lemperle, Meiner, Obus und Thielmann für die Flügel. Im Zentrum dann eben Florian Kainz, Damian, Marc Uth, plus im Sturm dann Selke, Damian Downs, plus vielleicht noch eine weitere Option. Da ist man auf jeden Fall dann erstmal für die Hinrunde gut genug aufgestellt. Aber allein das zeigt eben auch, wie wichtig der Klassenerhalt für den 1. FC Köln wäre, auch wenn es sicherlich bis zum Schluss eng wird und ein harter Kampf wird. Mit Mainz und vielleicht auch noch mit Bochum und Gladbach, je nachdem, was die in der Bundesliga noch so machen. Ich bin sehr gespannt, wie es in Köln weitergehen wird und bin auch sehr gespannt auf eure Meinungen. Wie würdet ihr Kölns Kader in der Bundesliga planen? Welche Spieler wären bei euch die möglichen Abgänge und wie sähe euer Startelf aus in der kommenden Saison? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und auch wenn natürlich noch einige Vereine fehlen, im Format Kaderplanung wollte ich gerne eine zweite FC-Folge bringen, denn auch weitere Vereine, die ihr gerne vorschlagen könnt, kommen in den nächsten Tagen hier auf jeden Fall noch dran. In dem Sinne sage ich, macht es gut, ciao und bleibt am Ball!